ARD Text im Auftrag von Funk So lange hat man geaufwartet, ist es da Ist es gut? Ich finde es recht gut Was meint ihr Geile? Ich finde es Hammer Oder erstmal in der Open-Beta und Closed-Beta Ich spiele Heroes LOL Es ist fun, also 10 Minuten Games Und dann kannst du dich drin verlieren Für 3-4 Stunden Verlierst du aber? Ich gewinne aber Hast du dich drin verlieren In diesem Spiel Weil du die ganze Zeit etwas machst Wir müssen diesen Punkt einnehmen Für alle, die Overwatch noch nicht haben Ich bin der Reaper Das ist ein böse Junge Der, der jetzt nicht stirbt Scheiss, der gestirbt Jetzt geht es von hinten rammeln Jetzt habe ich sie Schau 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 So einfach geht es ZD 10 4 5 5 6 Oh, jetzt haben sie mich. 7er Killstreak. Ich habe mich jetzt greedy gesehen. Ja, Overwatch macht mir extrem Spass. Das ist ein absurdes Summer Game. Es hat für mich eine ähnliche Anziehungssache Kraft gehabt, wie zum Mal vor 2001 Counter-Strike. Das sagt etwas. Wir sind im Gewinnen. Nicht sterben, nicht sterben. Es ist egal, wir sind im Gewinnen. Jetzt werden sie aber gerade zerstört. Schocken. Hast du noch überlebt gehabt? Nein. Aber ich habe die Zeuge noch geholt. Was er hier sieht, der kann sich horten. Das ist lustig, macht noch Sinn. Oh, schau, jetzt musst du schauen. Hey! Hey! Ich muss schnell abfahren, ich weiß gar nicht mehr. Danke. Ich muss schnell abfahren, ich muss nicht. Ah, schön! Hahahaha! Hahahaha! Schau, jetzt! Hey! Komm, nimm ihn! Hahahaha! Oh, gell her da! Huuu! 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 Yeay! Oh, sie haben mich blockt! Sie haben mich blockt! Ich habe es geschafft. Ich habe es versucht. Ich wurde kassiert. Die kommen gar nicht mehr. Die waren alle bei mir. Einer ist noch drin. Ah, der Draff ist noch drin. Ich bin gerade da. Hallo. Ich weiss noch etwas. Justice. Ah! Und fertig. Gewonnen. Oh, gerade noch geholt. Irgendjemand hat mich überholt. Irgendjemand hat mich überholt. Ja, der Yoshi wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich habe ein blödes Logo. Einfach das normale Overwatch. Ähm. Ja, vielleicht geil. Kann ich dir auch noch etwas sagen. Was ist das, was euch nicht so gefällt? Der Overwatch. Was ist das, was ich finde? Der muss noch mehr kommen. Also der Competitive Modus ist noch nicht da. Das ist natürlich noch das Manko. Was ist der Bash? Ja, es ist einfach auch, dass man den gleichen Charakter mehrmals nehmen kann. Oder was unter Umständen richtig, richtig unfair sein kann. Ja, dann finde ich auch, dass man irgendwie 4 auf 2 oder so. Bei, ja. Also Defensiv Charaktere. Auch mit den Offensiv Charaktere. Kein Problem, aber Defensiv Charaktere wie so Mei oder so. Von Bash, von Tobian. Das ist einfach der Versace. Der Spielspanns. Ist doch alles tot, oder? Ich warte sie. Ah, nein, das ist der Gegner. Uh, ich komme, ich komme. Ich meinte, es ist it. Hey! Nein! Oh, und Tschüss haben wir gegeben. Oh, fuck, fuck, fuck! Juhu! Oh nein, wieder ein wenig. Hallo! Ich muss eigentlich sagen, ja. Ja, eine. Ja, eine. Ja, Double Kill! Ja, schönen Moment. Das hat Spass gehabt. Wichtig auch beim Reaper. Immer probieren, von hinten zu nerven. Wo sie auch nicht wissen. Ah! Hey! Nerven, nerven, nerven. Und raus! Das ist die Hauptaufgabe hier als Reaper. Und wissen, wenn du wieder weggehst. Jetzt gehe ich wieder von hinten. Schau, da ist sicher etwas. Ja, sicher. Und da. Und hier rein. Da steht die Puntprozent. Oder? Seht ihr hier? Und weg, weg, weg. Und jetzt nehmen wir die. Auf sie, auf sie. Schönen Moment. Fuck you! Nehmen, nehmen. Jetzt kommen wir. Rausen, was sie gar nicht einstellen. Ja. Und einfach nerven. Nerven. Einfach so... Möglichst krass nerven. Das ist... Wir können sowieso noch mal an dich zusammen. Hallo! Ah, fuck! Ich wollte, dass Taylor entsteht, damit er es nicht hinbekommt. Jetzt kommen sie alle, ich probiere es einmal. Gorilla! Pass auf! Ja, voll. Oh, shit! Ja, den hattet er. Das ist schon gut. Okay, ich booste mich da raus. Ja, schön sollte ich nehmen. Alle Utis von einem sind draussen, glaube ich. Ich glaube, ja. Drei. Draussen. Drei von denen, ich weiß. Ich kann so wie nicht gehen. So ist es wieder. Fuck! Ich habe mein Ulti-Radio, so kann ich kommen. Gibt es den Drei hier. Jetzt schauen wir. Ulti-Radio. Mengo-Radio. Mengo-Meyo. Nichts. Oh, shit! Haha, da hat sie mich noch. GG. GG. So machen wir es. Ja, gut gespielt. Für uns würde ich sagen. Ich finde, das ist sowieso die coolsten Maps. Ich finde es wirklich geil. Schau jetzt. Schau jetzt. Und bumm. Geil. Schau da. Schnitzel da. Gut, Ninja. Ja, ich glaube, wir sind gut gespielt. Tut mir sagen, was euch an Überwachs... Watch passt, was nicht. Oben rechts könnt ihr abonnieren. Dich könnt kommentieren. Es wird viel mehr solche Videos geben. Und ähm... Ihr könnt mir noch etwas sagen, was ich spielen soll. Für euch. Dabei merkt Marc Level Off. Yeah! Oh, es gibt noch eine Lootbox. Können wir schnell rausgehen? Die Lootbox möchte ich auch noch öffnen. Das ist noch das Highlight. Zückerchen am Schluss. Schauen wir mal, was in der Lootbox ist. Und es ist... Oh, das sieht nach Scheisse aus. Ein Faust... Ein Faust-Logo. Oh nein, das interessiert mich nicht. Ein reaper Ding. Ein komisches Diva-Herz. Und der Winston... Wo will ich das? Nein, nimm den mal. Also oben rechts abonnieren. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.